Einen ganz wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Python und Data Science und zwar mit Kapitel Nummer 2, wenn ihr so wollt. Und zwar machen wir, also ich setze jetzt hier tatsächlich voraus, dass ihr zumindest grundlegende Ahnung von NumPy habt, denn wir machen mit Pandas weiter. Pandas steht für Python, ich markiere das mal ganz kurz, Python and Data Science. Also es ist schon ein bisschen getrickst der Name, aber es soll klarstellen, was da eigentlich passiert mit. Und im Endeffekt könnt ihr euch Pandas als mächtige Erweiterung für NumPy vorstellen, deswegen machen wir es natürlich auch als zweites. Und das Ganze soll dann natürlich auch noch ein kleines bisschen einfacher werden, wenn man irgendwie Data Science damit machen möchte, denn NumPy ist an manchen Stellen schon ein wenig nicht so easy. Deswegen hier ein paar Sachen zu Pandas. Okay, das allerwichtigste in Pandas sind Data Frames, deswegen machen wir die auch im allerersten Video ohne viel drumherum, denn Data Frames sind das A und O. Ihr könnt euch Data Frames so vorstellen wie eine Excel-Tabelle. Ich mache tatsächlich mal ganz kurz eine Tabelle auf. So, das ist ein leeres Data Frame. Wow, und wie machen wir ein leeres Data Frame? Naja, wir bauen uns ein Data Frame in Python selber. Das heißt, wir nennen das Ding zum Beispiel Data Frame DF ist gleich Pandas, importiert man normalerweise als PD, so wie man NumPy als NP importiert, PD.DataFrame. Und ihr seht, das ist eine Klasse in unserem Modul Pandas und das kann ich jetzt hier verwenden. So, naja, wie genau soll ich das denn verwenden? Nun, im Endeffekt könnt ihr euch das auch so ein kleines bisschen vorstellen wie ein Dictionary in Python. Hm, das heißt, es ist eine Mixtur aus Dictionary und SQL-Datenbank und vielleicht sogar noch einer Excel, einem Excel-Sheet. Und das erklärt eigentlich ziemlich genau, wie so ein Ding auszusehen wird. Das heißt, wir packen hier tatsächlich ein Dictionary rein, sagen zum Beispiel das Attribut ID, damit fangen wir normalerweise an, ID. Ähm, und das setzen wir mal auf eine Liste 0, 1 und 2. Wir machen uns nur drei Einträge hier. Es sollte klar sein, ihr könnt so viele Einträge hier drin haben, wie ihr wollt, aber das, ähm, ja, sei dahingestellt. Dann haben wir den Namen unserer Kunden oder in dem Fall auch einfach nur meine Namen, weil ich mittlerweile irgendwie an viele Namen gewöhnt bin. Also einmal Cedric natürlich, dann haben wir den Morpheus und dann haben wir natürlich noch den Morph. Ähm, genau. Und das sind die Namen, mit denen ihr mich manchmal anspricht, aber das können Namen sein von zum Beispiel allen möglichen Sachen, okay? Da kann alles drunter fallen. Ähm, also, da muss natürlich auch nicht Namen stehen, das ist auch klar. Das ist einfach nur ein Eintrag. Dann nehmen wir hier zum Beispiel noch das Alter. Witzigerweise, stellt es euch vor, sie sind alle gleich alt. Aktuell sind sie alle 28, aber das wird sich bald ändern. Oh Gott, bin ich alt gewonnen. Aber, ähm, ja, das ist sozusagen unser DataFrame jetzt hier. Und ihr seht sehr große Ähnlichkeiten zwischen Dictionaries und den DataFrames. Also das ist im Endeffekt ein gültiges Dictionary, ja. Da gibt es nichts Besonderes dran. Ein Dictionary hat allerdings noch ein paar Freiheiten mehr. Denn ein Dictionary kann hier so viele Einträge haben, wie es möchte. Ähm, also wir können hier 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort haben. Und, ähm, das ist bei einer, also bei einer Datenbank und bei einem, bei einer Excel-Tabelle auch nur so halb möglich. Also ich kann das natürlich machen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ding aussehen würde. Wir hätten hier die ID, dann hätten wir hier natürlich den Namen und wir hätten das Alter. Ähm, habe ich es Alter genannt? Ich glaube, ich habe es Age genannt. Ja, ich habe es Age genannt. Age natürlich. So, und dann haben wir hier 0, 1 und 2. Ist klar. Und dann haben wir hier eben Cedric. Ups, ist der Druck. Ich kann meinen eigenen Namen nicht schreiben. Morpheus und Morph. Okay, und dann haben wir hier 28, 28 und 28. So, das wäre eure Excel-Tabelle. Das ist sozusagen euer ganz normaler, naja, eure ganz normale Datengrundlage. Das heißt, hier nicht wirklich irgendwas Besonderes. Dabei sollte jeder kennen. Jetzt kann ich natürlich hierher gehen, das geht schon und kann hier sagen, ich hätte gerne 3, 4 und 5. Aber irgendwie, man erwartet ja schon, dass wenn man hier eine ID festgegeben hat, so wie man es zum Beispiel auch bei einer SQL-Datenbank erwarten würde, dass dann hier und hier auch Einträge sind. Bei einem Dictionary ist das nicht der Fall. Ein Dictionary, da sind alle Einträge sozusagen unabhängig voneinander. Und deswegen müsst ihr hier aufpassen, dass die eigentlich auch alle gleich lang sind. So, wir gucken uns mal ganz kurz das DataFrame an. Print.df printet unser DataFrame aus. Und das sieht dann so aus. Und das Tolle dabei ist, dass wir hier tatsächlich auch schon alles wunderschön formatiert bekommen. Also, wir kriegen hier vorne sogar die ID quasi von selber mit. Ich habe das jetzt nur mal gemacht, wenn man das aus SQL-Datenbanken super gut kennt. Und das ist super angenehm. Es ist sogar richtig formatiert. Es ist gepretty printed und alles drum und dran. Was passiert aber jetzt, wenn ich hier noch eine weitere ID einfüge? Nun, das Ganze funktioniert nicht mehr. Und das war das, was ich gemeint habe. Das ist der große Unterschied zwischen den Dictionaries und den DataFrames. Das heißt, die müssen hier wirklich dieselbe Länge haben. Klar, wenn ich jetzt hier noch einmal weiter irgendwie das Ganze erweitere, wenn alle vier Einträge haben, dann ist das, als hätten wir eben einen Eintrag einfach mehr. Ist klar, dass das dann funktioniert. Aber es funktioniert eben nur, wenn all diese Einträge wirklich dieselbe Länge haben. Und hier kommen wir zu einem kleinen Nachteil von Python in dem Sinne. Denn das Ganze fliegt euch zur Laufzeit um die Ohren, wenn ihr hier nicht aufpasst. Also, wenn ihr leere Werte habt, das kann ja mal vorkommen. Dann könnt ihr hier zum Beispiel sowas wie None eingeben. Und dann haben wir hier trotzdem dieselbe Länge. Also, None ist eigentlich in dem Sinne kein Wert in Python. None ist quasi null oder weg oder nicht da. Aber wir haben trotzdem hier in dieser Liste vier Einträge drin. Und das ist das, was wir hier brauchen. Wir brauchen in jeder einzelnen Liste hier dieselbe Anzahl an Einträgen. Okay, jetzt könnte man erwarten, dass man hier drauf zugreifen kann, wie man bei SQL zugreifen kann. Und jein, es geht noch ein wenig einfacher und auf die anderen Arten gehe ich natürlich irgendwann noch ein. Aber wir können hier ganz einfach hergehen und DF von zum Beispiel H nehmen und uns das hier direkt ausgeben lassen. Das ist direkt unser Age und das ist einfach nur eine Spalte davon. Achtung, das hier vorne ist nicht die ID. Die ID ist hier nochmal. Die haben wir rausgefiltert. Wir haben quasi zusätzlich gesagt, ID und Namen wollen wir nicht. Aber es wird uns trotzdem ausgegeben, welche Zeilennummer wir haben. Weil man geht ja davon aus, dass es schon ziemlich lang ist. Und hier steht auch direkt der D-Type dabei. Und wenn man es genau nimmt, ist das ein eigener Datentyp hier. Nämlich auch einer von Pandas. Ihr könnt euch auch direkt so ein Datum erstellen. Das wäre dann eine sogenannte Series. Und die können wir natürlich auch direkt ausgeben. Also PD.Series wäre das Äquivalent dazu. Das heißt, ich packe hier zum Beispiel 28, 28, 28, 28 rein. Und den Namen setze ich zum Beispiel auf Age. Und dann habe ich genau dasselbe. Also es ist quasi eine Series. Ein Dataframe besteht also aus mehreren Series, die alle dieselbe Länge haben. Und die dann eben hintereinander verbunden werden. Okay. So, und naja, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich damit irgendwas Cooles machen? Naja, klar. Ich kann Sachen machen wie zum Beispiel Punkt Describe. Describe führt dazu, dass ihr einige Informationen bekommt. Das heißt, in unserem Fall die Anzahl an Elementen. Das wäre der Count. Die können wir natürlich auch alle einzeln ablesen. Ist klar. Count, Mean, Standard, Minimum. Also der Standard Deviation, sorry. Standard Deviation ist die Standardabweichung. Mean ist der Durchschnitt. Minimum ist das Minimum. Die, das 25% Quartil, das 50% Quartil, das, also drei Viertel und dann eben das Maximum, der größte Wert sozusagen, den ich hier habe. Und das sind so einige statistische Werte, die wir natürlich bei 4 mal 28 jetzt nicht unbedingt haben, die wir aber bei einer größeren Datenreihe, zum Beispiel bei einer Series, schon drin haben. Wir können also sozusagen direkt ein paar statistische Eigenschaften ablesen, was uns das Leben schon erleichtern kann. Wir können, wie gesagt, auch hier ganz einfach Max auswählen. Oder wir machen hier sowas wie Min. Ihr könnt einfach mal hier tatsächlich den Punkt eingeben und dann Steuern, Leertaste drücken. Dann findet ihr relativ viel, was man hier machen kann. Also auch sowas wie Transpose, ist klar. Items kann ich mir holen, Join, Apps wäre verfügbar, Aggregate, ja. Also einige, einige Funktionen hier drauf, die ja im Endeffekt teilweise wichtig sind, teilweise werde ich die auch nicht vorstellen. Wir werden teilweise auch noch darauf genauer eingehen. Aber nur mal, dass ihr eine grobe Ahnung habt, was da alles quasi im Hintergrund für euch bereitgestellt wird. Das ist wie gesagt eine Weiterführung von NumPy. Genau, und das soll es erstmal als Einführung gewesen sein. Natürlich gibt es in Pandas noch mehr als nur Series und Data Frames. Das wollen wir jetzt in den folgenden Videos uns genauer angucken. Bis dann. Ciao.